Jetzt schon wieder neue E-Mail. Was wüsst du schon wieder hinschauen? Ich hab das irgendwie so in Erinnerung gehabt, dass es ein bisschen länger gedauert hat, bis man überhaupt zu diesem Punkt gekommen ist. Was nicht? Irgendwie hab ich da so ein bisschen... Es kam mir irgendwie viel, viel länger vor. Es kam mir viel, viel länger vor. Aha. Aha. Ja, nächster Bonus. Schutzweste. Fortschritt. Nächster Bonus. Ja, die Blitzklinge hätt ich wirklich gern, aber interessant ist trotzdem noch über ein 0% Ziel. Da hast du schon mal jedenfalls, da wird es definitiv mehr als 100 Missionen schon mal geben. Damit wir über die depperte Blitzklinge da herkriegen. Musst du sicherheitshalber gehen, weißt du? Genau. Wollt eigentlich jetzt sicher gehen? Schau mal da aus, eigentlich. Gibt's da hinten was oder nicht? Den alle mal aufpassen, aufpassen. Gefährlicher. Ah, dadurch, dass wir eigentlich eh auch jedes Mal gekeilt werden, ist das eigentlich eh sehr praktisch, weil da kann ich mich eigentlich richtig schön austoben mit den Fähigkeiten. Ja, okay, passt. Ja, sicher, sicher, weißt du eh, wegen einer Kisten oder irgendwas würde mich dann doch ein bisschen stören. Würde mich dann doch ein bisschen stören. Ganz, ganz wichtig. Jedes Mal ab. Ein bisschen herumschauen wegen der einen oder anderen Kisten. Ja, okay, wieder zu zweit. Super, super und toll. Gefreut mich, gefreut mich wirklich, gefreut mich wirklich für euch. Bist deppert schöner Kritischer. Bist du narisch. Schee, schee. Wie jetzt nochmal? Wollt grad sagen sie. Wollt jetzt grad nochmal sicher gehen, weil schaut es aus mit Feuer. Feuer ist eher weniger euers. Schauen wir da aus mit Eis. Eis geht, Eis geht. Das ist... Das kann man bochen, das kann man bochen. Ein bisschen Eis. Ab und zu. Wenn's ein bisschen teppert sind die zwei, dann passt das schon. Mhm. Sehr gut. Müssen wir noch ein bisschen aufpassen auf den anderen. Und dann wird's gefährlich. Erst dann wird's wirklich gefährlich. Wenn ich nicht auf den anderen aufpasse. Ah, vielleicht nen sexy mäßigen Rundumschlag. Auf. Und jetzt hin, was ja, ich bin auch sicher, das Problem. Das war ja echt knapp. Das war ja knapp. Das war echt knapp. Dekka. Machen wir wieder ein bisschen Eis hier. Oder sicher. Schwierig? Okay, Schwert-Kombo. Zeig-Hir. Let's go. Ich kann eh langsam jemanden gebrauchen, dass ich da ein bisschen schneller den ein oder anderen Brennermeuern machen kann. Ich bin doch immer nicht gleich aufgestiegen. Ich will noch mal kurz dazusagen. So ein 777 würde ich definitiv in dem Fall feiern, feiern, feiern. Hauptsache wir haben ein paar SP-Punkte auch noch am Start. Es ist wichtig. Mach den kritischen, mach den kritischen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ja, ja. Gemein, oder? Und tschüss. Ja, gefällt mir. Ich liebe dieses Game. Wahnsinn. Schutzweste, sehr gut. Müssen wir sich dann auch ein bisschen anschauen. Diese Sehne ist sicher. Find ich gut, dass wir wirklich auch quasi immer wieder aufs...